hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folgungsprozess garam lützchen enderellet ist ja gesagt dass wir jetzt die jespa gehen und dann quasi wieder haupt quest wieder weitermachen diesmal auch gott ich weiß gar nicht wann das erste mal war wo ich aus versehen diese jespa quest gemacht habe das muss vor zehn folgen oder so schon tatsächlich gewesen sein ja was soll ich sagen finde ich jetzt nicht schlimm wer kommt da jetzt auf mich zu hallo 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 krieg verlorene und haus überall ich habe schon immer gewusst das ist mit unserer welt den fassbar so ich würde gerne zum marktplatz jetzt verstehe ich nämlich das auch mit den schildern ist doch ein bisschen sinnvoll ich glaube wäre das ganze als eine region in der stadt wäre das nicht so schlimm aber da das heißt haus der region mit ladebildschirm sind dann mal lieber direkt den wegweiser so jespa seht seht wer gekommen ist konntest du dich zurechtfinden diese stadt kann ein labyrinth sein wenn man sie nicht kennt ich bin große städte gewohnt insofern ach ja du kommst aus ostian hätte ich fast vergessen sie haben etwas faszinierendes diese orte nicht wahr hier kann man hoch hinaus aber genauso tief stürzen und überall pulsiert das leben ja das stimmt natürlich stimmt es hier zieh das an und folg mir und ja es ist notwendig vertraue mir einfach naja dieses outfit es ist doch immer dasselbe mit diesen männern aber ehrlich immer schlimm na los geht weiter ja ja du kannst gerne weiter laufen wenn du willst genau und warum ist es malfass der den sonnentempel auf dem rücken trägt ist das nicht eine geste der knechtschaft nein malfass trägt den sonnentempel weil er auch die menschheit trägt ohne die güte und erhabenheit der götter wäre die welt nämlich immer noch im krieg wie nach der verwüstung durch den sternenfall ihnen verdanken wir alle richtig die götter herrschen nicht aus gier nach macht heraus ihr oberstes bestreben ist die erhaltung von frieden und stabilität ganz gleich welche opfer es auch von ihnen fordern mag führ dir das tag für tag vor augen sohn und ehre den pfad den dir malfass zugetragen hat nur so können wir uns für all ihre güte erkenntlich zeigen ihr seid abenteuer oder krieg auf nirin und krieg auf kilé roter wahnsinn was für eine scheiße ist das eigentlich tja das weiß ich auch nicht aber jetzt ist das auch deutlich entspannter jetzt kann ich hier also wo ich das gewollt mache jetzt kann ich nämlich meine geschichten von dem an anhören kann das genießen wo man langläuft die gespräche genießen ja ja Schauspieler und Wettler. Ich höre mir das jetzt alles nochmal neu an für die Leute, die vielleicht jetzt erst gerade das gucken und damit man das auch alles in einem... In einem Zusammenhang hat. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Würde ich selbst, wenn ich das Let's Play sehe, wäre das überhaupt jemand so hinter. Würde ich das selbst auch so sehen wollen, deswegen... Ach, ich lasse jetzt einfach mal zoomen. So. Ich finde das schön, dass hier das ganze Gemüse nachgewachsen ist, so schnell. Du musst dich nicht umdrehen, du musst laufen. Vielleicht sprinte ich einfach nicht, dann komme ich nichts nahe, dann passiert das vielleicht nicht so. Ich finde das jetzt auch interessant, dass jedes Mal andere Leute uns entgegenkommen. Vorher kam ja uns diese Apothekary zum Beispiel entgegen, oder ähm... Wie ist es ihrer? Goldenschlag, oder wie die da hieß. Ganz andere Leute. Heute haben wir die Familie, den Vater und den Sohn getroffen. Da ist die Schauspieler mit uns vorbei. Halt, Meyser! Hinter diesem Punkt sind nur Hüte des Ordens oder Personen mit ausdrücklicher Genehmigung zugelassen. Wer seid ihr und was führt euch zu diesem heiligen Ort? Geschäfte. Ich bin Jesper Dalwarek und arbeite für die neremesischen Magier. Ach, richtig. Der Söldner. Und wer ist eure Begleitung? Maritia de Luna aus Ostia, erhabene Inhaberin von de Lunas Imperium der zarten Düfte, der angesehensten Parfümerie Wins. Erzmagister Merayil beauftragte mich, sie hierher zu eskortieren. Hat er euch nicht informiert? Der Erzmagister? Aber... Gut, das sieht ihm ähnlich. Ihr dürft passieren, aber zeugt diesem Ort den Respekt, der ihm gebührt. Auch ihr, Madame de Luna. Darauf habt ihr mein Wort, schöne Frau. Habt Dank. Natürlich, Madame Hüterin. Ihr dürft passieren, aber benehmt euch. Ja, nicht. Ganz ruhig. Ach, das ist ein bisschen episch, ne? Das ist schon ein bisschen episch, so. Jetzt ist nämlich hier erst diese Option freigeschaltet, dass man hier rein kann. Klar, sonst hätte man vorher natürlich Sachen, äh, das wäre blöd gewesen. Das lief ja besser als erwartet. Maria de Luna, Sibirum der zarten Düfte? Hey, es hat funktioniert. Keiner wird jemanden verdächtigen, der bereits im Tempel ist. Mein Auftraggeber ist im Chronikum. Halt dich von den anderen Gebäuden einfach erstmal fern. Den Rest improvisieren wir dann. So, jetzt vielleicht ein paar Worte darüber, wohin ich dich eigentlich bringe. Mein Auftraggeber heißt Konstantin Funkenschlag und ist einer von Razzularanteals ehemaligen Magiern, die der Großmeister hier aus Nehren mitgeschleckt hat. Einer der ehemaligen Erzfeinde des Ordens also. Du wirst sehen, er ist ein richtig sympathischer, sanftmütiger Kerl, weshalb er sich hier auch so gut einfügt. Plus, er versteht eine Menge von Magie. Auch die Sorte, die für die heiligen Hüter hier nicht brav genug ist. Deswegen hoffe ich auch, dass er weiß, was es mit deinem Fieber auf sich hat. Also, komm mit. Mhm. Hm. Interessant, ich will trotzdem erstmal gucken, was es noch so in den anderen Gebäuden hier gibt. Welche Leute es hier gibt. Was es hier ein Gärtner gibt, zum Beispiel. Was? Wer ich da ist. Kann ich da rein? Ich kann da rein. Weil ich will natürlich auch den Sonntabell erkunden. Das... Eignere ich mir jetzt einfach zur Ruhe. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Was? Ich muss hier hin. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament. Und deinen Pfad will ich ehren. Im Leben und im Tod. Äh, hat der gerade sein Nägel das nicht so hochgeklappert, oder was? Oh, oh, oh. Hallo. Moment mal. Ihr... Ach, einerlei. Was ist? Ach, ähm... Ihr seid doch aus Kyra, nicht wahr? Eure Haut? Sie ist... Naja... Anders. Warum fragt ihr? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur... neugierig. Meine Mutter, ja. Aufgewachsen bin ich aber auf Nerem. Nerem? Verstehe. Aber trotzdem... Eure Mutter muss euch eine ganze Menge über ihr Heimatland erzählt haben. Ist es wahr, dass ein Kind auf Kyra mindestens fünf Väter und vier Mütter hat? Das hat ein alter Matrose mal erzählt. Ihr lebt im Zirkel, nicht in normalen Familien. Davon weiß ich nichts. Ich, wie gesagt, ich bin auch Nerem groß geworden. Es gibt solche großen Zirkel, ja, aber nicht alle. Das ist auch nur ein Teil koreanischer Kultur. Stimmt. Es gibt auch noch diese Philosophenschulen und den Hof der Goldenen Königin. Naja, habt Dank für eure Zeit. Ich muss nun weiter. Schreitet wohl. Vielen Dank. Oder bitte. Oder wie dem wir seid. Okay, hier gibt es ein Tempel. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht. Ihr Apothekarior? Diese Avantia ist so ungewöhnlich. Wer ist das? Das muss man ihm lassen. Ja. Ich könnte auch mit die war doch noch irgendwie so eine Special Person. Emporium. Gehen wir aufs Emporium. Das ist nur ein richtiger Laut. Gut, dass ich einen Schutz habe. Sonst würde der die volle Dröhnung bei mir bei euch abbekommen durch den Kopfhörer. Oh ja. Oh ja. Ist der Palast vom Jarl ist dort? Gemächtet das Großmeister. Das gehen wir doch mal rein. Das ist genau das, wo ich hin muss. Glaube ich. Das Pergament, schade. Schade. Oh, oh, oh. Ob die hier zu essen haben? So richtig schönes, tolles, leckeres Essen. Wir haben hier einen Teller. Teller bringen natürlich nichts. Schade. Wir haben nichts. Schade. Trotzdem würde mich mal interessieren. Wo ich in meinem Emporium hinkomme, wenn ich da in die Mitte springe wieder. Was da ist hier, genau. Hallo. Wenn ich mich hier auf den Thron setze. Was ja scheinbar niemand zu interessieren scheint. Das Erbe der Püree, ja? Scheint ja ein wichtiges Buch zu sein. Nehme ich mal mit, ne? Ach, guck mal. Hier ist der Karte. Wollen wir doch mal sehen. Ende alles ist diese kleine Insel da oben. Wir sind komplett abgeschnitten. Sieht diese Karte aus so aus wie bei uns? Äh. Kann ich auch mal tatsächlich so ein bisschen erkunden, wie viel wir schon erkundet haben. Äh. Und wir haben jetzt ich würde sagen, das ist hier ja vermutlich größtenteils unwegsames Gebiet. Größtenteils. Hm. Ja, ein Drittel haben wir würde ich sagen, ne? Hier der ganze Teil fehlt noch. Diese Buradentürme haben irgendwie alles angezeichnet und scheint. Nieser Teil genau. Das hier ist wahrscheinlich so wie es klingt der gefährliche Teil. Ja und hier sind wir sogar auch schon eingedrungen. Hier in diese Teile. Hier jetzt noch nicht auf dieser Halbinsel beziehungsweise alles was hier südlich hier von Flussheim quasi ist. Hammer. Ne? Ich sag mal, das wird wahrscheinlich so das sein, wo noch am meisten passiert. Hier wird es am gefährlichsten. Das ist so ein bisschen special und ja hier wird es so zum Endgame hingehen. Sag ich jetzt einfach mal. Und das sieht halt hier genauso aus. So gut gemacht. Nicht gerade hier Kyra, ne? Racial Nerem Akvent ist das Skarak. Also alles was ab hier ist, ist halt scheiße. Na ja. Ja. Das passiert. Irgendwie war auch nichts besonderes, ne? Ja, wir haben eine Gesandtebel. Das ist alles von Hohn. Straße spielen wir jetzt diese frechen Kinder, ey. Also die sind da wirklich frech. Das ist, das kommt von der Butter. Die ist halt so. Dies ist heiliger Boden. Sowas, da muss ich halt nichts zu sagen. Das ist das letzte, wo ich hingehe, dieses große Ding. Was ist da oben? Das ist ein großer Turm, auch sehr interessant. Wo komme ich hier hin? In die Quartiere. In die Quartiere glaube ich nicht, sodass so auf Anhieb irgendwas Interessantes da ist. Aber einfach mal gucken. Das schadet ja nicht. Darf ich mir ein Lied wünschen? Was möchtet ihr hören? Vom Schwarzen Wächter. Gern. Vom Spielt sie, ne? Ich gehe jetzt wieder weg. Richtig getrollt. Die Schatulle ist ja schade. Hier könnte ich eigentlich richtig gut so alles klauen für Heelerware, ne? Die haben alle nur diese schlechte von Arc-Reihe. Oh, hier sind Betten. Aber hier ist kein Essen. Essen heißt immer ist immer gut. Und Heiltränke. Hier, ne? Wo ich sag, dann kommt da einer. Perfekt. Mensch. Ja, und noch mehr Dottelkuchen. Feine Kleidung nicht. Das ist ja ein Brausgegenstand. Für mich ja, ich mache einen Unterschied zwischen Gebraus und Verbrausgegenstände. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Äh, Maria de Luna. Manatank. Oh, es lohnt sich nicht. Hoch. Mein gebratener Lachs. Äh. Einfach so. Ich glaube, jedes Zimmer mit Essen. Die haben einfach nichts mehr. Okay, die sind alle reich, ne? Da reichen. Ich mache hier den Robin Hood quasi. Als ob die mich nicht gesehen hat. Ja. Sage ich nichts zu, dass die da nichts gesehen hat, ne? Ähm. Kein Kommentar. Ihr gehört hier nicht her. Ich habe halt echt viel Essen, glaube ich sogar. Uuuuh. Oh, ein Schriftrollenstapel. Ah, schade. Ich möchte nämlich gerne auch immer die ganzen Schriftrollen nach Ark haben. Das ist bestimmt ganz praktisch. Oh, hallo. Schreitet wohl. Magister Karos. Mhm. Ich würde das mal gerne mitnehmen, ne? Danke. Hm. Mehrere Papier. Kannst du nicht mitnehmen? Wie sieht es ja mittlerweile mit dem Essen aus? Ich habe ja echt schon, ho, 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 ho. Echt viel. Nicht schlecht. Ah. Und ich muss einfach sagen, ich liebe das in jedem Teil. In jeder Mod auch. Es gibt ja auch in Skyrim selbst, habe ich ja Interessing NPCs, einer meiner Lieblingsquests. Äh. Mods. Für das normale Skyrim. Und immer diese Gesänge, das ist einfach mega gut. Jedes Mal aufs Neue. Die können alle singen. Die können echt alle singen. Auch das gerade wieder. Entweder bin ich da bei sowas leicht zu befriedigen, oder die können halt wirklich alle gut singen. Ähm. Ja, muss ich die Treppe runter, weil hier ist nichts. Ist einfach nur ein Schwimmbad, glaube ich aber auch. Ich kann ja alles füllen mit Wasser. Ne? Trollolol. Das bringt halt gar nichts. Lustiger wäre es, wenn man Schuhe oder so ins Wasser wirft. In der Kleidung. Okay. Das, ähm. Ja. Jetzt sag ich nichts zu. So. Ähm. Haha. ja ich bin still weil es nichts passiert so hoch ist wieder hier nach hinten rausgekommen ich möchte alle dnl sonntabell wird die druck an wieder über länger bis ich dahin gehe weil will ich halt auch in 1 durch machen ich bin hier wohl richtig das ist also nicht gut wegelosigkeit wo war denn der eingang hier perfekt wieder raus hier ist unsere kasse ich habe von ihr gehört ja was haben wir hier kassian viertel auf so jetzt gehe ich noch auf den hohe tempel rauf schreitet wer seid ihr das könnte ich mir auch interessant vorstellen kann ich mir den blick aus blick das schön vorstellen bitte hier ist nicht es gibt uns ein mega ausblick und wäre diese säule nicht während dieser ausblick noch besser von hier hat man halt schon einen mega guten ausblick auf alles da hinten diese berge die ich da gesagt habe die man nicht begehen kann vermute ich mal hier das ganze normale land wo gucke ich hin weil das sind die berge ja ja hier nur dahinten oder so das geilen schreitet hohe schon schön so so aber das genügend gemacht haben will ich sagen mache ich jetzt erst mal eine cut ist der nächste folge schieß so 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 so